Die Kramsdorfer stehen unter Schock. Seit dem Orkan Friederike haben die Bewohner des Niemburger Ortsteils keine Kirchturmspitze mehr. Diese hatte der Sturm am Donnerstag davon geweht. Die Turmspitze ist heruntergestürzt worden, komplett durchs Dach und bis auf den Boren und bis ins Kirchenschiff rein. Die untere Hälfte der Spitze krachte auf die Wiese hinter der Kirche. Der Schaden ist immens. Im Dach klafft nun ein 2 Meter breites Loch. Im Inneren sieht es nicht besser aus. Dort wurde die Empore komplett verwüstet. Die Schadensumme ist noch unklar.